Das ist ja positiv. Ich wollte dir einfach nur sagen, dass ich ohne dich nicht ganz bin. Du bist ein Teil von mir. Und zwar der Bessere. Ich warte auf dich, okay? Ich lasse dir alle Zeit der Welt. Mach dir keine Sorgen, ich habe alles geregelt. Was geregelt? Ich habe gleich einen Termin bei meiner Gynäkologin in München. Ich werde das Kind abtreiben lassen. From the first ray in the morning To the last kiss in the night. Just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Through the rainbow-colored night. Stay, 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 stay. Du hättest mir nichts gesagt? Es wäre doch das Beste gewesen. Du bist schwanger. Ich glaube es nicht. Mit einem Kind von mir. Natürlich von dir. Von wem denn sonst? Oder glaubst du, ich hätte dir deinen Seitensprung mit gleicher Münze heimgezahlt? Aber nein, bitte. Es ist nur... Es kommt zu überraschend. Ich war im ersten Moment genauso durcheinander wie du. Aber ich werde die Konsequenzen tragen. Heißt das, du willst abtreiben? Ich glaube, es geht nicht anders. Aber... Ich muss los. Zu meinem Termin nach München. Weißt du, zur Frauenärztin... Baba, bitte, lass uns jetzt... Lass uns nichts überstürzen. Zu viel Orange. In Kopenhagen. Auf dem Standesamt. Da war ich glücklich. Alles hat sich so gut und richtig angefühlt. Dass das mein Felix so kommen würde. Und Robert? Er sagt, er will auf mich warten. Und was ist denn er ewig warten muss? Wenn ich mich auch nicht für ihn entscheiden kann. Ich liebe Robert. Aber reicht das für eine Beziehung? So. Schluss jetzt. Konzentrier dich. Basisnote. Hallo, Miriam. Hallo, Johann. Wenn du Felix suchst... Nein, ich... Ich wollte es zu dir. Pass auf. Das ist für uns alle gerade sehr schwierig. Und... Es ging einfach nicht anders. Es musste so sein. Was? Was musste sein? Du weißt es nicht? Aber ich... Ich dachte, Felix hat bei dir geschlafen. Wieso? Warum sollte er? Hat der Streit? Wir haben uns getrennt. Also ich... ...hab mich von ihm getrennt. Und... Und wann war das? Gestern. Er hat seine Sachen gepackt und ist ausgezogen. Es ist alles meine Schuld. Aber so plötzlich. Wir können einfach nicht zusammenleben. Na dann, noch mal herzlich willkommen im Fürstenhof. Ja. Leonie. Prost. Ihr seid mir nicht böse. Aber ich muss jetzt wieder, ja? Oh, schade. Oh je, meine Küche. Es nutzt nichts. Weißt du? Und ihr Zweig, ja? Und nicht zu lange. Ja, ja. Ja, beeilen uns. Aber das sind Paprikachips. Die sind der Wahnsinn. Die hat meine Oma auch immer total gerne gegessen. Bis zuletzt. Wieso ist sie gestorben? Vor zwei Wochen. Entschuldigung. Was ist mit deinen Eltern? Leben die hier in der Gegend? Äh, nee, die sind auch beide tot. Ach, tut mir zurücklich leid. Also, ach, konntest du ja nicht wissen. Ähm, wie lange denn schon? Also, meine Mutter ist vor drei Jahren gestorben. Ähm, so kurz nach Weihnachten. Da war sie in Thailand auf Phuket. Ach, bei dem Tsunami oder was? Ja, leider. Ja, und mein Vater ist gestorben, als ich zwölf war. Puh, wir haben uns manchmal ziemlich gestritten. Aber wir hatten auch echt viel Spaß zusammen. Ja, er war nämlich ein ganz toller Erfinder. Bastler. Aha. Und was hat er so erfunden? Also, hauptsächlich so Sachen, die mit dem Fliegen zu tun haben. Mhm. Er wollte sich immer einen Flieger bauen und dann... ...dann wollten wir zusammen über die Alpen nach Italien. Das ist ja schön. Mhm. Ja, nur leider hat die Zeit und das Geld halt nie gereicht. Ich kann sowas nicht. Ich auch nicht. Ich aber. Sogar im Dunkeln und mit verbundenen Augen. Hat mir auch mein Vater beigebracht. Ja, das kannst du uns ja gerne mal beibringen. Heute Abend oder so. Wir können ja erst ein bisschen um die Häuser ziehen und dann... ...Bastelstunde. Mhm. Ja. Mhm. Danke für den Sekt. Aber ich finde, wir sollten jetzt alle mal in die Arbeit gehen. Oder? Ja? Danke. Ciao. Ciao, Felix. Danke. Ja, dankeschön. Gerne. Lass mich wenigstens zu deiner Ärztin mitkommen. Nein, ich... Ich möchte lieber alleine fahren. Ich habe mit diesem roten Punkt auch etwas zu tun. Aber ich hätte ihn verhindern können. Und deswegen werde ich mich auch um diesen Unfall kümmern. Unfall? Unfall? Es handelt sich um einen kleinen Menschen. Ich habe es eilig. Ich muss los. Weißt du, das ist nur ein Vorgespräch. Vielleicht... Vielleicht kommst du ja an dem Tag mit, wo der Abbruch gemacht wird. Diesen Tag wird es nicht geben. Aber... Ich möchte, dass du diese... Dass wir dieses Kind bekommen. Das ist nicht dein Ernst. Weißt du... Wenn das Schicksal es will, dass ich noch einmal Vater werde, dann möchte ich zwei Dinge tun. Mich freuen. Und... Und? Ich werde die werdende Mutter verwöhnen. Sag mal, die Kette da drüben, die ist wunderschön. Das ist... Das ist eine Orientperle und Diamanten. Weißt du, dass Perlen für die Tränen einer Braut stehen? Aber auch für die Liebe. Mir gefällt die Braut aber ohne Tränen besser. Dass du die mir gerade heute schenkst. Danke. Felix hatte ziemliche Schwierigkeiten in der letzten Zeit. Seine Spielerei. Die Probleme mit Robert. Aber... Muss man deswegen gleich einen Schlussstrich ziehen? Ja, vielleicht hat sie ja gemerkt, dass sie doch nicht so gut zusammenpassen. Das tun sie aber. Miriam... Miriam ist... Miriam ist Felix' Traumfrau. Ja, und jetzt bitte stillhalten. Wenn ich nur wüsste, wie ich ihm helfen kann. Ja, nach so einer Trennung braucht man schon ein bisschen Beistand. Tja. Vor allem derjenige, der sitzen gelassen wurde. Warum gehst du nicht einfach auf ihn zu und redest mit ihm? Was soll ich ihm denn sagen, dass er um Miriam kämpfen soll? Das habe ich doch bei Elisabeth auch nicht gemacht. Nein, ich glaube, es geht gar nicht so sehr um einen guten Rat von dir. Sondern? Ja, sondern darum, dass du für ihn da bist. Du hast ja wenigstens die Chance dazu. Als Samia damals in Uganda verheiratet werden sollte, da konnte ich ihr nicht helfen. Das war schwer, hm? Für Eltern ist es wohl das Schlimmste, ihre Kinder unglücklich zu sehen. Hat Felix jemals, wenn man wegkommt? Aber natürlich kommt er darüber hinweg und er wird auch wieder eine Frau finden, die zu ihm passt. Ja. Wünschen wir uns das nicht alle? Fertig. Danke. Danke dafür und danke, dass du mir zugehört hast. Keine Ursache. Himmel, auch wenn ich gestern Ja gesagt habe, Walter ist krank, der Laden brummt, ich kann ihn heute nicht freigeben, da müssen ihre Eltern ihren Hochzeitsag leider alleine feiern. Geht's wirklich nicht. Nein, es geht wirklich nicht. Und jetzt kümmern sie sich um die Gäste, ist aber zackig. Gibt's Ärger? Hey, ja, das hängt ganz von dir ab. Also, ich hab nicht vor, laut zu werden. Das brauchst du auch gar nicht. Du hast doch alles, was du wolltest, oder? Wenn du dich da mal nicht täuscht. Ah, das glückliche Paar. Das sind wir nicht. Ah, verstehe. Ihr wollt erst mal einen Deckel draufhalten, damit der arme noch Ehemann bei eurem Anblick nicht allzu sehr leiden muss. Miriam möchte sich nicht in eine neue Beziehung stürzen. Sie braucht erst mal Zeit für sich. Verstehe. Schonfrist. Ja, das ist so nobel. Ob das glaubst du oder nicht, Miriam tut die Trennung auch weh. Ich bin mir sicher, du wirst sie trösten. Ich bin mir sicher, so, bitte sehr. Haben wir jetzt Personalmangel oder wieso muss eine Küchenhilfe den Kuchen servieren? Ähm, einer der Kellner ist krank geworden und ja, da hat Frau Sonnbüchler mich eben zu Ihnen rausgeschickt. Ach ja, und eine Gabel kriegen Sie natürlich auch noch. Die Gabel gehört auf die rechte Seite des Tellers. Das sollte sogar eine Küchenhilfe wissen. Sorry, mein erster Tag heute. Dann sehen Sie mal zu, dass das nicht Ihr letzter Tag wird. Also eigentlich läuft alles soweit ganz super. Bis auf das mit der Gabel jetzt. Machen Sie Urlaub hier? Nein, ich lebe hier. Leonie Preisinger. Barbara von Heidenberg. Freut mich. Wow, die ist aber wirklich schön. Sind es Orientperlen? Sensationell. Ja, finden Sie. Ja, ich habe Ohrringe. Die sehen ganz ähnlich aus. Auch Orientperlen. Nein, es gibt wirklich sensationelle Nachbildungen aus Glas. Aber meine sind echt. Kindchen, jetzt glauben Sie mal nicht alles, was irgendein Straßenhändler Ihnen erzählt. Aber wo wir gerade dabei sind. Irgendwas piekst da hinten am Verschluss. Können Sie bitte mal nachschauen? Ja, gerne. Au! Sagen Sie mal, geht's noch? Probieren Sie es doch mal mit Bergkristall. Wirkt ausgleichend und macht freundlich. Erinnert mich an... Ja, sag schon. Miriam, ich komme nicht drauf. Dann machen wir eine kleine Pause. Danke, dass du dir so viel Zeit nimmst. Ja, immerhin sind wir ja noch Freundinnen. Irgendwie. Ich hatte ja fast schon gedacht... ...dass ich nie wieder ein Wort mit dir rede. Ich muss zugeben, dass ich schon ziemlich geschockt war, als du dich gestern von Felix getrennt hast. Aber ich habe selbst zu dir gesagt, dass du Klarheit schaffen musst. Und das hast du getan. Respekt. Okay. Versuchen wir es nochmal, ja? Ach, jetzt habe ich es. Das erinnert mich an den Duft, den du für die Symphonie der Sinner gemacht hast. Der mit den exotischen Früchten. Ich bin in der Südsee. Und die Sonne scheint. Und das Meer rauscht. Paradies. Ja, ja, das stimmt. Aber er ist gut. Was stört dich daran? Ich wollte eigentlich was ganz anders machen. Eine ganz neue Richtung. Aber am Ende bist du dann doch wieder bei der Symphonie gelandet. Und bei Robert. Miriam, du musst kein Geheimnis daraus machen. Woraus? Na ja, dass du und Robert, dass, dass ihr wieder zusammen seid. Viktoria, das mit Robert. Können wir weitermachen? Ja. Einen guten Ausflug wünsche ich Ihnen. Danke dir. Vater, du wirkst so beschwingt. Robert! Wie geht's dir? Na ja, wie schon? Bist du auf dem Weg in die Küche? Ja, ich wollte mal nach dem Rechten sehen. Weißt du, ich finde das großartig, dass du in deiner alten Mannschaft immer mit Rat und Tat zur Seite stehst. Mit Tat weniger. Deswegen ja auch das Kochbuch. Ja, das wird ein Riesenerfolg, da bin ich mir ganz sicher. Lass mich raten, du hast Versöhnung gefeiert. Ja, Versöhnung und ein kleines bisschen mehr. Ein kleines bisschen mehr. Ja, ganz klein. Noch. Ich weiß zwar nicht, was Frau von Heidenberg diesmal aus ihrer Trickkiste gezaubert hat, aber es scheint zu wirken. Robert, in jeder Ehe gibt es mal eine Krise. Entscheidend ist, wie man dabei herauskommt. Amen. Das wirst du auch noch lernen. Ist wegen seiner außerordentlichen Flüchtigkeit für die Parfumherstellung kaum geeignet. Was habe ich gerade gelesen? Ach Mann. Egal was ich tue oder denke, alles versinkt in diesem Gefühlschaos. Ich bin gespannt, ob ich mir jemals wieder einen Duft ausdecken kann, der mich nicht an Robert erinnert. Irgendwie ist es, als wäre meine Nase blockiert. Wie die von Robert. Du. Kann ich kurz reinkommen? Ja, ja, klar. Ich, äh, habe gerade Robert getroffen und er meint ja, ihr seid gar nicht zusammen. Das stimmt. Ich möchte das nicht. Wenn du dich von mir trennst, weil du jemand anderen liebst, dann ist das okay. Damit muss ich zurechtkommen, aber wenn das vielleicht nicht so ist, dann... Felix, es ist sehr kompliziert. Okay, dann erklär es mir. Bitte, ich muss es wissen. Felix. Bitte, für was, für was und für wen hast du unsere Ehe weggeworfen? Sag's mir. Und was macht mein Vater? Ja, der hat den Auftrag abgelehnt wegen des schlechten Wetters. Denkst aber auch nur du. Er hat den angenommen. Und das, obwohl die Suppe dermaßen tief im Tal hing. Man konnte vielleicht, ich würde sagen, so weit gucken. Ja, aber es ist doch tierisch gefährlich. Ja, aber das war ihm egal. Ich meine, die Kinder brauchten noch das Penicillin. Ja. Ja. Also aus dem Nebel ist er so weit noch ganz gut wieder rausgekommen, ja? Und als er oben ankommt, fängt auf einmal der Mutter an zu spinnen. Er muss notlanden, ob er will oder nicht. Ja, aber für so eine Notlandung brauchst du doch eine tierisch lange Piste. Ach, unter ihm. Da war ein Dorf und er war gerade in die Kirmes. Das ging schon. Ja, also ab in den Sinkflug. Nee, 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 nee. Der kann doch jetzt nicht einfach in die Menschenmenge reinfliegen. Nein, bist du wahnsinnig. Die hatten einen ziemlich großen Marktplatz. Das hat schon gereicht. Uns ist nichts passiert. Nee, gar nichts. Die Leute haben aber auch nicht schlecht geguckt, oder? Oh, die waren ziemlich sauer. Da war nämlich gerade die Wahl zur Miss Kirmes. Und ratet mal, wer von der Aktion am allermeisten genervt war. Oh Gott. Der Bildermeister. Nee, meine Mutter. Also seine zukünftige Frau. Die stand nämlich gerade im Badeanzug da unten auf der Bühne und war die Gewinnerin. Nee. So haben die sich kennengelernt, oder was? Und das ohne rot zu werden. Weil die nur im Badeanzug anhatte. Nee, weil ich mir die Geschichte nämlich gerade ausgedacht habe. Bist du denn dran? Sag das nochmal und schau mich an. Es ist nicht wegen Robert. Ich hätte die Trennung so oder so gewollt. Okay. Robert war nicht der Grund, aber er war doch immerhin der Auslöser. Nein, Felix. Auf jeden Fall nicht direkt. Angenommen, Robert wäre nie wieder an den Fürstenhof zurückgekommen, dann wäre das Ganze doch nie passiert. Doch. Wäre es. Das heißt, das Ganze liegt an mir. Du wirst immer einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben sein. Wenn du es willst. Aber ich... Aber. Das Aber. Das berühmte Aber. Du liebst mich nicht mehr. Doch. Doch. Aber nicht so, wie ich es sollte. Als deine Frau. Die immer an deiner Seite ist. Du bist dir doch gar nicht sicher, ob du... den Rest deines Lebens an Roberts Seite verbringen willst, oder? Ich weiß wirklich nicht, ob ich Roberts Frau sein könnte. Siehst du, dann ist das Ganze vielleicht nur eine Phase und es geht vorbei und es... Nein, Felix. Eins weiß ich. Ich liebe Robert. Du kleine Lügnerin, du. Felix. Egal, was ich jetzt sage, ich mache es nur noch schlimmer. Also vielleicht lässt du mich einfach allein. Oh, Wahnsinn, was in so einer Sternenkirche alles gekocht wird. Geschmorte Ochsenbäckchen in Biersoße. Ich wusste gar nicht, dass Ochsen überhaupt Bäckchen haben. Wunder der Tierwelt. Die Damen, was wollen Sie dann trinken? Ich gebe einen aus. Oh. Da sagen wir natürlich nicht nein. Nein, auf gar keinen Fall. Ich hätte gerne einen frisch gepressten O-Saft, bitte. Oh ja, ich nehme auch einen. Aber nur, wenn es nicht zu teuer wird. Am Ende des Geldes ist bei mir immer noch ein bisschen Monat übrig, aber das kriege ich wohl noch nicht. Frau Sonnbichler hat mich heute ganz schön gescheucht. Aber einmal durfte ich sogar im Servicehaus helfen. Ach was, du durftest Teller abräumen? Nein, ich durfte einen Kuchen servieren. Für Frau Heidenheim oder so ähnlich. Oh Gott, nein. Die heißt Heidenberg. Von Heidenberg, um genau zu sein. Kannst du mir einen Gefallen tun und dich von ihr fernhalten und aufpassen? Ja, ich habe mir schon gedacht, dass sie ein etwas schwieriger Charakter ist. Mega ausgedrückt. Was ist denn mit dir los? Du sitzt eine Schönheit an der Theke. Das ist der Xaver, ne? Nein, nein, viel besser. Guck mal, den habe ich gefunden. Damit werden wir so richtig krachen lassen heute in München. Wie cool. Ja, und was ist, wenn der Mensch, der ihn verloren hat, ihn wiederhaben will? Ich bitte dich, die Gäste hier vergessen ihre Pelzmäntel auf der Toilette und merken es nicht. Ja, und vielleicht gehört ja jemandem vom Personal. Entschuldigung, der wurde gerade an der Theke gefunden. Also, falls sich der Besitzer meldet. Ja, danke. Ich werde es weitergeben. Na toll, der steckt jetzt in seine eigene Tasche. Das war es ja. Wohl mit krachen lassen. Ist doch nicht so schlimm, dann machen wir eben was anderes. Ja, eben. München läuft uns so nicht davon. Was schwebt den Damen da so vor? Erstens zum Supermarkt Getränke holen, zweitens zum See fahren, drittens schwimmen und viertens Sterne gucken. Dann habe ich aber noch ein Fünftens. Dann übernachten wir doch gleich draußen. Ja, sechstens. Ich bin dabei. Cool, das wird was dich. Schön. Das ist jetzt genau das Richtige. Das wird meinen Kreislauf in Schwung bringen. Irgendwie fühle ich mich matt. Du bekommst etwas Gesundes. Kalzium ist jetzt sehr wichtig. Oh, nur ein kleines Schlückchen. Kommt gar nicht in Frage. Wir wollen kein Risiko eingehen. Auf das Kind und die wunderschöne Mutter. Dann bist du also wirklich sicher, dass du es willst? Hundertprozentig. Ich werde morgen die freudige Nachricht im Hotel verbreiten. Das Personal soll dir jeden Wunsch erfüllen und allen Stress von dir fernhalten. Liebling, ich bin nur schwanger und ich... Dank. Ja, ich weiß. Trotzdem. Auf die Gesichter bin ich schon gespannt. Ich möchte das nicht. Wieso? Weißt du, gerade in den ersten drei Monaten, da passieren sehr oft Fehlgeburten und... Die Gesichter möchte ich da nicht sehen. Und so lange soll ich das geheim halten? Ja. Ich bitte dich darum. Du bist der Boss? Wie fühlst du dich? Gut, aber... Ich glaube, ich sollte mich hinlegen. Kannst du mir vielleicht die Kette abnehmen? Mhm. Bitte? Weißt du was? Ich komme mit und wache über deinen Schlaf. Das ist lieb von dir. Ja, so bin ich eben. Freut mich, dass es dir geschmeckt hat. Ja, das Fleisch war richtig saftig. Und ich hatte schon Angst, als kleine Portion gelingt es nicht. In Afrika machen wir das immer in so großen Töpfen. Für die ganze Familie. Nein, Vera, lass das. Ich. Ich mache das nachher. Sag mal, äh... Möchtest du vielleicht noch ein Schluck Wein, oder? Es war ein langer Tag. Ich... Ich glaube, ich gehe ins Bett. Mein Tag war auch hart. Ich glaube, es ist Zeit, ja. Ich... Das war's. Ist die Musik zu laut? Nein, nein, ich wollte nur... Ja? Ich habe dir nicht Gute Nacht gesagt. Gute Nacht. Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Felix? Das gibt es doch nicht. Miriam? Ich bin wirklich einen Schritt gelaufen. Du bist nicht nur einen Schritt gelaufen, du bist mehrere Schritte gelaufen. Ich danke dir, danke, danke, danke. Ja! Miriam von Heidenberg. Willst du meine Frau werden? Ja, ich will. Schlaflos in Bayern. Und du? Kannst auch nicht schlafen? Nee. Ich habe wenigstens einen Grund. Was ist deiner? Zu viel Stress in der Praxis? Zu viele Erinnerungen. Laura. Was hat das mit dir und Miriam passiert ist? Kommt die ganze Geschichte wieder hoch. Bist du immer noch nicht drüber weg? Sieht so aus. Klasse, du machst mir richtig Mut. So eine richtig große Liebe, die vergisst man nicht so leicht. Große Liebe. Das war großes Kino höchstens. Das glaube ich nicht. Miriam hat dich geliebt. Laura hat mich auch geliebt. Ja, wenn ich dich mal kurz daran erinnern darf. Laura sitzt mit Alexander in Brüssel, nicht mit dir? Trotzdem war das eine schöne Zeit mit ihr. Und du bist nicht irgendwie sauer auf sie oder wenigstens enttäuscht? Enttäuscht? Vielleicht aber sauer? Nee. Keiner kann was für seine Gefühle. Laura war meine große Liebe, aber ihre ist eben Alexander. Dagegen ist man machtlos. Wichtig ist nur, dass man den Mut nicht verliert. Für was? Für was? Mut für was? Sich irgendwann wieder auf einen anderen Menschen einzulassen. Mit Haut und Haar. Gregor, ich fühle mich geschmeichelt, aber ich glaube nicht, dass es zwischen uns beiden funktionieren werde. Schade. Gut, dann geh jetzt wieder ins Bett. Ja, nein. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Herr Saalfeld. Coole Wut, oder? Kann man wohl sagen. Du musst unbedingt aufpassen, dass du hier nichts kaputt machst. Die Heidenberg flippt total aus. Frau von Heidenberg ist bestimmt eine sehr strenge Chefin, oder? Erstens ist sie nicht meine Chefin, genauso wenig wie ich ihre Putze bin. Ich bin hier Zimmermädchen für die Gäste und das war's. Ich verstehe sowieso nicht, warum ich da alles hinterherräumen soll. Ich meine, die können sich doch eine eigene Putze leisten, oder? Genau wie hier. Schau. Feiern können sie, Gläser wegstellen können sie nicht. Unglaublich. Sag mal, wann müssen wir hier fertig sein? Ich denke mal, so ein... Das ist doch jetzt bitte nicht so spät. Ich musste die beiden doch anrufen. Die beiden? Ja, der Xaver und Leonie, die haben doch auf der Wiese geschlafen. Das ist immer dasselbe. Immer wenn ich ein Handy brauche, ist das weg. Ja, dann hol's doch. Das schaffen wir da nicht, nee, nee. Wir machen das jetzt hier erstmal fertig, sonst kriegen wir eine Ärger mit der Formel zu. Was ist das denn hier? Oh, sieht teuer aus. Guck mal. Steht mir das? Komm. Gib her. Du wolltest doch besonders schnell fertig sein, oder? Ist ja gut. Sind wir auch. So, hopp, hopp, weiter. Abstaubung, abwischen. Max, können Sie mir bitte dieses Fax senden? Die Nummer steht da. Gerne. Und Moment, der ist für Sie. Oh, dankeschön. Hallöle. Was machen Sie denn hier? Ich war beim Onkel Doktor. Alles in Ordnung. Und was hat der werdende Vater gesagt? Freut er sich? Ich habe Sie für den Schwangerschaftstest bezahlt. Nicht dafür, dass Sie mich hier vor allen Leuten ansprechen. Was soll denn das? Ich könnte doch ein ganz normaler Hotelgast sein. Das könnten Sie eben nicht so, wie Sie aussehen. Also verschwinden Sie. Jetzt spielen Sie es sich plötzlich nicht so auf, gell? Das Wolf-Event, das findet statt wie geplant. Gut, dann frage ich bei Herrn Seifert nach, ob wir noch irgendwelche Finanzierungslücken haben. Ja, aber ich denke, es bleibt bei Ihrem Vorschlag. Gut, bis später. Das haben Sie wirklich gut gemacht, Frau Dammann. Äh, was, wenn ich fragen darf? Ihr kleines Intermezzo mit meinem Mann im Stall. Frau von Heidenberg, ich habe wirklich viel zu tun. Nun laufen Sie doch nicht weg, ich meine es ernst. Sein unbedeutender Seitensprung führt meistens dazu, dass die Männer wieder zu schätzen wissen, was sie an den Frauen haben. Aha. Werner ist wie Wachs in meinen Händen. Das freut mich für Sie. Und Sie haben den Kürzeren gezogen? Kein Problem. Also kommen Sie mir auch in Zukunft nicht in die Quere. Wenn das auf Gegenseitigkeit beruht. Das hört sich fast so an, als würdest du von unserer Marie reden. Ich mache mir halt Sorgen. Ja, aber die Leonie ist eine erwachsene Frau, wie unsere Marie übrigens auch. Die passt schon auf sich auf. Ja, als ob einer erwachsenen Frau nichts passieren könnte. Die ist gerade einmal eine Nacht nicht nach Haus gekommen. Siehste, jetzt sagst du auch schon nach Haus. Einmal Eltern, immer Eltern. Wahrscheinlich steht sie schon in der Küche und wartet, dass du dir sagst, sie darf drei Kilo Zwiebeln schälen. Trotzdem hätte sie mal anrufen können. Das kann die sich doch denken, dass wir uns Sorgen machen. Illegat, noch mal. Die Leonie ist nicht die Marie. Sie ist uns keine Rechenschaft schuldig. Das weiß ich. Und trotzdem würde ich gern wissen, wo sie steckt. Alles, kurz Scared. Musik Saffa? Mach mal das Licht aus. Hey, aufwachen. Ja, ist ja gut. Dann mach ich erst mal einen Kaffee. Auja, und wie? Nicht so komplizierte Fragen am Morgen, bitte. Lass mich das mal machen. Die Feuerflüsterin, ja? Ja. Hab ich von meinem Vater gelernt. Man muss sich immer zu helfen wissen, egal wo man abstürzt. Alte Feten-Weisheit? Alte Flieger-Weisheit. Warte mal, da steht was drauf. Mir war so kalt, bin nach Hause, sehe euch im Fürstenhof pünktlich zum Schichtbeginn. Ich weck euch. Wie spät ist es eigentlich? Puh, keine Ahnung. Hallo? Leute, es ist halb zehn. Halb zehn? Dann herzlichen Dank fürs frühe Aufwecken, Frau Lübert. Was? Ach, Mist. Ich komm viel zu spät und das an meinem zweiten Tag. Verdammt. Also im Bad ist sie auch nicht. Du hast sie doch hier hingelegt, als ich sie gestern abgenommen habe. Ja, aber da ist sie nicht mehr. Vielleicht hast du sie verlegt, weil du ans Baby gedacht hast. Oder es hat sie jemand gestohlen. Ach, hier kommt auch außer uns niemand rein. Die Zimmermädchen? Barbara, die können sich doch denken, dass der Verdacht sofort auf sie fällt. Vielleicht war es trotzdem jemand vom Personal. Da muss dieser jemand doch gewusst haben, was du gestern kostbares an deinem hübschen Hals getragen hast. Die neue Küchenhilfe. Was? Ja, diese junge Frau, die mir gestern den Kuchen auf der Terrasse serviert hat. Die hat mich auf die Orientperlen angesprochen und hatte selber so Ohrringe mit Perlen. 20 Jahre Nachbildung. Wunderschöne Ohrringe haben Sie. Danke schön. Das ist mein Lieblingsschmuck. Verstehen Sie meine Bewunderung nicht falsch, aber ich habe das Gefühl, als hätte ich diese Ohrringe schon mal gesehen. Also ich glaube, das ist eher unwahrscheinlich, weil ich habe die Ohrringe geerbt von meiner Oma. Sind Sie unzufrieden mit Ihrem Zimmer? Herr Sollfeld, das ist Leonie Preisinger, unsere neue Küchenhilfe. Küchenhilfe? Was ist denn Werner? Weißt du zufällig den Namen dieser Küchenhilfe? Preisinger? Ja, Leonie Preisinger, so hat sie sich vorgestellt. Das Restaurant ist leider ausgebucht, aber Sie können gerne reservieren, wenn Sie möchten. Nein, danke. Felix? Ja. Warte mal. Na ja, gut. Also wenn ich dir irgendwie helfen kann, ich meine, wegen Mirjam und so, du weißt, auf deinen Vater kannst du dich verlassen. Nein, nein, das, äh, danke. Ich muss sehen, dass ich selbst damit zurechtkomme. Was hat sie dir denn erzählt? Na ja, eigentlich nichts, nur dass es an ihr liegt mit der Trennung und... Oder an mir. Ja. Es gehören immer zwei dazu. Man muss wissen, wann man verloren hat. Ich weiß, und das ist nicht immer leicht. Du hast es ganz richtig gemacht mit Mutter. Dass du nicht auf Biegen und Brechen einer Beziehung festhalten wolltest. Na ja, bitte. Dass du das akzeptieren kannst? Nicht nur akzeptieren, hör zu. Es tut mir leid, dass ich, dass ich dir die ganze Schuld in die Schuhe geschoben habe. Tja, wie du schon sagst. Man muss wissen, wann man verloren hat, hm? Ja. Und, äckne ich mich als Versuchskaninchen? Ja, wenn du ein bisschen mitmachen würdest? Mitmachen? Ich kann doch nur da liegen. Ja, aber du entspannst dich überhaupt nicht. Tue ich dir irgendwie weh? Ist es dir unangenehm? Nein, nein, überhaupt nicht. Es ist nur, ich bin es einfach nicht mehr gewohnt, dass sich jemand mal um mich kümmert und... Ja? Ja, mich anfasst einfach. Seit Laura? Mhm. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es ist, neben jemandem aufzuwachen, den man liebt. Man... ... kann das doch wieder neu entdecken. Man kann es aber auch sein lassen. Ich glaube, man muss sich einfach trauen. Das sagst ausgerechnet du. Wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat. Irgendwann begegnet einem die Liebe ganz plötzlich und dann... ... muss man dem Ganzen einfach eine Chance geben. Hast du es selber gesagt. ... würdest du das können? ... würdest du das können? ... jemandem eine Chance geben? Ich hoff's. Halberg... ... Pechtel... ... Brandner... ... Ah, hier. ... Preisinger. Fristlos gekündigt. Ja? Entschuldigung, Herr Direktor, Sie müssten mir das noch unterschreiben, bitte. Was machen Sie denn mit den alten Personalakten? Einfach sagt Ihnen der Name Preisinger etwas. Ja, Leonie Preisinger arbeitet seit gestern bei uns in der Küche. Und können Sie sich an eine Verwandte erinnern, die hier mal gearbeitet hat? Ja. Martha Preisinger. Zimmermädchen, das ist aber schon ewige Zeiten her. Da hat er Ludwig Saalfeld, also Herr Saalfeld Senior, der Vater von Charlotte. Ja, ich weiß, wer der alte Saalfeld war. Ja, weiter. Was weiter? Also, die Leonie hat ihre Großmutter bis zum Tod gepflegt und die ist jetzt bei uns auf dem Friedhof. Die Urnenbeisetzung war vor ein paar Tagen und ich war dort, weil sie eine Freundin von meiner Mutter war. Also doch. Stimmt irgendwas, nicht? Im Gegenteil. Es passt alles bestens zusammen. Wie viele Norweger sind das? Na ja, so um die 40. Also, genauer gesagt 48. Tantin, es tut mir leid, ich weiß, diese Reisegruppen machen dir immer besonders viel Stress. Also, Stress ist es doch gar nicht. Das ist normal in der Gastronomie. Aber wenn wir jetzt nicht bald einen neuen Küchenchef kriegen, du, dann brech ich dir hier zusammen. Und diese neue Küchenhilfe, ist die keine Erleichterung? Wo ist die überhaupt? Die hat vorhin angerufen, die kommt heute ein bisschen später. Und wieso, wenn ich fragen darf? Ach, die hat halt ein bisschen gefeiert mit Xaver und Tanja. Und deswegen macht die blau? Jetzt sei doch nicht so streng. Die kommt schon noch. Ist doch schön, wenn sie hier schon Freunde finden. Wo sind wir hier eigentlich? Ich suche Leonie Preisinger. Die, die habe ich gerade in den Kühlraum geschickt. Soll ich hier irgendwas ausrichten? Stimmt was nicht? Nein, nein, nein. Ist alles in Ordnung. Kannst du lügen? Das ist eben die Not. Und immer nur für andere. Pass auf. Du stemmst das heute mit den 48 Norwegern und ich verpetze dich nicht beim Chef. Schon erpresst. Der war gar nicht so schlecht. kam gut an bei der Symphonie der Sinne. Ich muss alles loswerden, was mit Robert zu tun hat. Sonst werde ich nie wieder etwas eigenes kreieren können. Wenigstens das ist mir gestern beim Testen mit Victoria klar geworden. Stern, Jasmin. Das Zeug war so teuer. Und er mochte den Duft so gern. Weg damit. Was machst du da? Ich misste aus. Ja, aber die sind doch noch voll. Ja. Das ist Stern, Jasmin. Er wird auch entsorgt. Du wirfst sie alle in den Müll? Miriam, warum? Weil es mich an dich erinnert. Dankeschön und lassen Sie sich die Torte gut schmecken. Vielen Dank. Stopp! Am zweiten Tag schon zu spät. Es ist keine besonders gute Visitenkarte, die Sie da abliefern. Ja, tut mir leid. Ich hab verschlafen. Dann nehmen Sie bitte beim nächsten Mal einen Wecker mit, wenn Sie draußen übernachten. Ja, war wohl keine so gute Idee. Sie können campieren, wann und wo Sie wollen. Aber zur Arbeit müssen Sie pünktlich sein. Ja, ich weiß. Aber es war wirklich so nett gestern. Und außerdem ist es doch schön, wenn ich neue Leute kennenlerne, oder? Natürlich, das ist Ihnen auch gegönnt. Aber jetzt bitte schauen Sie zu, dass Sie in die Küche kommen, ja? Langsam, junge Frau! Geben Sie mir die Kette. Wie bitte? Sie haben mich schon verstanden. Die Kette, die so gut zu Ihren Ohrringen passen würde. Und die Sie meiner Frau gestohlen haben. Und Robert, das hat überhaupt nichts mit Verdrängen zu tun. Lass mich raten. Früher heißt in diesem Zusammenhang an uns. Kümmer dich um dein Kochbuch. Und lass mich in Ruhe. Verdammt nochmal, ich habe Ihre Kette nicht! Dann zwingen Sie mich also, die Polizei zu rufen. Du hast doch zu mir gesagt, ich soll klare Fakten schaffen. Ja, aber Fakten, die man versteht, die man nachvollziehen kann. Aber ich weiß doch selber gar nicht, auf was das hinausläuft. Woher wissen Sie davon? Ich habe gerade zufällig ein Gespräch Ihrer reizenden Freundin in der Fürstensweg mitbekommen. Leider musste ich erfahren, dass Sie gar nicht schwanger sind. Und schon versucht, Sie wieder auf die Kette Marken zu stehen. Und sie habe ja, ich habe einen Beobacht. Das ist eine neue Rundfunk. Vielen Dank.